Einen schönen Abend noch an euch allen, oder schönen Nachmittag meine ich jetzt, es wird natürlich eh schon Abend, weil die Sonne gleich untergeht. Ich will nur eins sagen, und zwar die Sonne hat sich bis zum Nachmittag bzw. Abend gehalten und das ist ein frohes Vorteil. Morgen soll es wieder genauso sein, aber ab Mittwoch braucht sich wieder was zusammen. Es soll sehr wahrscheinlich auf Weihnachten ein mächtiger Sturm kommen und er beschert uns sehr wahrscheinlich weiße Weihnacht, also Schnee, also nennt sich das, ja, der beschert uns sehr wahrscheinlich den Schnee, also weiße Weihnacht mit Schnee und so. Aber wir wissen es noch nicht genau, ob Weihnachten ein mächtiger Sturm kommt. Auf jeden Fall stand es vom Internet und da soll uns weiße Weihnachten mit Schnee bescheren. Sehr wahrscheinlich, aber ob das genau stimmt, ist noch eine Frage. Aber es ist richtig toll, dass die Sonne sich bis Abend gehalten hat. Ein sehr schöner Anblick ist es von hier auf dem Balkon aus. Ja, wären gerade Handwerker da. Deswegen ist das der Krachhintergrund. Aber es ist herrlich, einfach nur herrlich. Hat sich bis zum Abend gehalten, die Sonne. Na ja. Auf jeden Fall. Ein heißes Ballon sehe ich jetzt noch gar nicht. Schade. Aber dafür steht die Sonne noch da. Genießt das Wetter so lange noch bis morgen, Freunde. Denn am Mittwoch sieht es wieder anders aus. Dreht sich halt, werden die Karten wieder umgedreht. Sieht dann wieder schlechter aus. Ich wünsche allen schönen Nachmittag, beziehungsweise schönen Abend schon mal.